I'm coming home, I'm coming home, tell the world, I'm coming home. Lass den Cringe beginnen. Cringe beginnt sehr gut. Ich hasse diesen Sound schon so sehr, fängt ja wieder gut an, ja wirklich. Natürlich kriegst du einen. Moin Meister! Kann ich aber besser. Moin Meister! Moin Meister! Was ist das für ein behinderter Filter! Wirklich! So, let's do it like they do on the Discovery Channel. Down with you and me and me. Sag mal, was geht hier ab? Hab ich den Weihnachten? Hund auf LSD. Hab ich gerade wirklich den Weihnachten gesehen? Er ist auch in jeder Quitsch-TikTok dabei. Der Idiete! I can fly! Ja, ja, Mann! Ja, Mann! Ihr wisst Bescheid! Ufo361! No homo! Und dann geh ich zu entspannter Musik schlafen. Ich kann jetzt nicht sagen, zu 100% ob das ein Filter war oder nicht. ADHS? Naja, eher zu viel Drogen, glaube ich. An die Weiber, die immer behaupten, mir laufen so viele Typen hinterher. Merkt euch eins, niedrige Preise lockt halt viele Kunden an. Ich sag jetzt nichts dazu, ich wollte schon wieder böse sein. Hi, hi, zusammen Haare kämen. Zopf binden. Dann kommen gleich die Haarklammer rein. Voila! Und fertig! Herrlich! Bye, bye, zusammen! Nein! Hast mich hintergangen. Unloyal, der Ego kotzt mich an, pisst mich an. So, jetzt mal zu dir! Du Alki! Mach mal deine Augen zu! Und was siehst du? Nichts! Zum Glück dich nicht! Also, bin ich kein Alki! Selber Alki! Alter, diese Argumentation! Selber Alki! Alter, bist du... Ruhig, Seiko, ruhig! Ganz ehrlich mal! Come on, everybody! K-k-k-come on, everybody! Clap your hands and gather through the twist and it goes like this! Was ist bitte mit diesem Menschen falsch? Oh! Ja. 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 Ich beruhig mich schon wieder. Bitte geh, Helmut! Come on, baby! Ich bin ein Einhorn, so wurde ich geboren. Das, was ich sag, ist wahr. Bin für das Gute da. Ich bin ein Einhorn, so wurde ich geboren. Ich habe magisch... Du verstehst mich auf Bandit. Baby, dein Mann ist ein Bandit. Digga. Baby, ich lieb, wie du mich ansiehst. Baby, dein Mann ist ein Bandit. Hier we go. Ich die schon wieder. Lösch da alle unnötigen Filter, bitte. Ja, wirklich. Den gleich dazu. Oh je. Wer kommt da heute dran? Nicole, Sabine. Wow. Einfach wow. Ich grüße Melina. Die Melina kommt heute. Slimma... Slimman... Und Keck. Und Keck. Ich weiß nicht mal, was Keck bedeutet. Ja, mein liebes Kind, ich bin der Weihnachtsmann. Bitte nicht verwechseln mit dem Weihnachtsmann. Ich bin halt, verdammt. Und ich steck mich vor deinem Vater im Kleiderschirm... Ja, der Song von Queen ist so nice. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, 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 hey. Ich will sie mit ner Limousine abholen, was sie sag mal. Nein, so geht es nicht. Ich seh dich nicht, nichts überredet, nein. Ich bin nicht so leicht zu haben, nein. Zum Glück war das ein kurzes TikTok.